Oh Mann, an der Stelle sterbe ich doch nie! Ach, muss ich erst mal wieder Leben fahren. Ach, jetzt habe ich aber wieder keine Feuerblume. Das ist eigentlich mir das nervigste aller Sache. Ach, was war das? Eins, zwei, drei, yes! Ach, hier war jetzt! Da ist ein Pilz drin. Das gibt es nicht. Eins, zwei, drei. Kannst du mal probieren. Ich wollte die Musik hören. Oh Mann. So, geh ran. Schlechte Entscheidung. Oh Mann. Ach Mann, ich wollte es jetzt mal probieren und das geht einfach nicht. Oh Mann. Oh Mann, was wird das? Warum packt das so rum? Aber nur, wenn ich draufstehe. Yes! Nein! Ich hätte einfach durchrennen sollen. Ob ich es jemals groß in diesem Bereich schaffen werde. Yes! Zum ersten Mal. Hä? Ja! Oh shit, was ist das denn jetzt? Oh shit, was ist das denn jetzt? Okay. Okay. Einfach ohne zu rennen. Komm, komm, komm. Ah, Mist! Eigentlich war es richtig unnötig. Dass ich da jetzt mein Item verloren habe. Kannst du das wo? Du denkst, was ist das denn? Das ist ja das. Oh. Oh, was ist das denn? Ist das denn? Oh, was ist das denn? Ich will das denn. Oh, was ist das denn? gleich wieder schwierig geschafft okay da muss man anhalten alles klar die pflanze macht sowieso nichts wenn man dann sowas fängt die taktik scheint ganz gut zu funktionieren ein stiches was soll okay ich denke mal dass es noch bis auf drei hoch geht was nein was war da jetzt anders wieviel leben habe ich noch 10 was zur hölle was zur hölle mann was ist denn jetzt los wie kann man denn an sowas fehlen ich hab's schon so oft geschafft und vorhin noch gesagt ja die erste stage kann ich mittlerweile nix kann ich ich hoffe mal dass es jetzt nicht zur gewohnheit wird schnell durch einfach schnell durch ich hasse diese stelle was ist das denn das war vorhin schon oh shit ich schaff's doch ohne sprinten dann mach ich das jetzt ohne sprinten weil sprinten ist gefährlich weil sprinten gefährlich ist man bringt ja nichts bringt ja nicht mal punkte das kann ich direkt vergessen vor allem wenn ich das mach nie das gibt es nicht zukunft nehme ich mir dann mehr zeit für das gibt es nicht einfach durch das gibt es nicht das gibt es nicht einfach durch das gibt es nicht einfach cool aus und das ist jedes mal so knapp ich mache es schon wieder das ist damit die langweiligste stelle aber ich muss mich trotzdem richtig hart konzentrieren ich habe irgendwie nicht das gefühl dass es da flüssig läuft sieht einfach so langsam aus eigentlich ach jetzt bin ich schon wieder klein dann kann ich es vergessen so jetzt ich sollte ich sollte einfach stehen bleiben wie viel leben habe ich noch ich muss wieder aufzugehen oh man wie es schon los geht und ich mache es schon wieder es ist so ein komischer reflex der rennt wirklich einfach nur langsam das ist das problem ja in der antwort spielen rennt er schneller oder super mario post zum beispiel ah man geht doch perfekt es ist wahrscheinlich nicht nein es ist wario ja was was ist das denn oh man salam man ich hasse das zum glück ich fühle mich da so sicher ich fühle mich da so sicher ich fühle mich da so sicher der war schon doch zu gierig ich wusste gar nicht das ist jetzt bin schon schon vor mario wolf aber herz war da die feuerblume drinnen und nein einfach durch einfach durch hier nicht lieblings stelle bisher bin ich hier null mehr gestorben aus plötzlich noch ändern ich würde für war ihr halt gern das feuer aufheben heißt er überhaupt so weil er so feder auf dem kopf was soll es eigentlich sein varios gesicht oder wie man feuer ich bekomme sogar feuer bis zu drei hits kann ich bekommen hallo war oder zu ein was jetzt dreimal es geht mit irgendwas weiter perfekt die rübe ist perfekt oh shit jetzt verstehe ich es erst was nein was auch wenn es da mal so einen kleinen checkpoint gäbe aber ich bin auch froh dass es das erste nicht schon gewesen ist eigentlich sonst wäre das schon irgendwie echt traurig also für den endboss die anderen bosse waren ja so naja die waren eigentlich größtenteils easy außer das raumschiff aber das hatte ich beim fünften versuch das war ziemlich lebensmüde haben ist nein und nein es ist schon wieder passiert ok da muss man warten ich muss noch mal testen wieso mache ich das hier muss man mit ruhe angehen schafft man das nein ich habe schon wieder nachgedacht was sind ja nicht diese lavabälle steht das nicht gerade ernst passiert oder dieses maus geschlappt gut das war so gefakt das war so knapp okay war ich mal werde ich wahrscheinlich wieder verlieren aber was was nein ich habe gehofft dass wenigstens die nächste ins nächste level also stage oder warum man die die scheiße nennt war spaß jetzt ach man sowas passiert doch nie ich habe es genau nimmt es ist mega oft passiert seine mit der häufigsten art warum ich gestorben bin irgendwann hat man es raus das hätten ich vollkommen weglassen können außer dem pilz es steigert vielleicht beim ersten mal die atmosphäre aber danach ganz wie den scheiß hier ich bin hier noch nie gefällt okay einmal war es ziemlich knapp aber trotzdem zwei vollkommen sinnlos ja ich habe zuerst mal doppelt geschafft aber für welchen preis zu welchem preis für welchen preis ja ich hoffe mal für den sieg der krieg nicht noch das ist so aufregend auf jeden fall hasen ohne nehmen nein kann ich das nicht irgendwie weg schnuppen die erste hit der dritte die nächste stage oder warum sollte ich mir den pilz nehmen feuerblume ich habe ein leben er hat ein leben was das ich kann mich bewegen ja er weint ist gut für mich aus ich habe es geschafft verschwindet die einfach nie wir verwandeln sich in ein mario schloss wahrscheinlich das ist jetzt mit daisy wo ist daisy ja kein ding aber wo ist daisy das spiel war eigentlich mega cool auf jeden fall besser als mario land eins und umfangreicher ach die ameisen die hasse ich wenn man sich bedenkt wie wenn man bedenkt wie einfach die spiele früher zu machen waren ist eigentlich unglaublich grafik designer ein typ musik war natürlich auch einfacher also nicht dass es könnte aber ich glaube ich würde eher das hinkriegen als neueres spiel ach diese fische testing player wer ist das masao yoshio tohu hiroshi und noch ein typ kisuko oder kaisuko masahiko isao tomoyoshi yasuo takashi das waren die test player das sind auf jeden fall die einzigen die es verdient haben von mir vorgelesen zu werden geht es in den englischen namen paul lange das klingt sogar deutsch das ist vario presented by nintendo wo ist daisy stockisch muss jetzt was drücken start b start select b a plus b plus start plus steuerkreuz was sollte das eigentlich genauso wie bei super mario world man einfach nicht aus diesem endbildschirm auskommt wie hat sich das ausgedacht okay das war's